Ich habe mich heute voll gespritzt und mit dieser sensationellen Einleitung begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Mario Kart 8. Falls ihr wissen wollt, wie ich mich voll gespritzt habe, ja dann schaut doch einfach den Part an. Bin ich nicht fies? Ich mache gerne solche Sachen. Ne, ich mache eigentlich gar nicht. Ich glaube sogar das erste Mal, dass ich so einen Skandaltitel oder so eine Skandaleinleitung bringe, damit ihr dran bleibt. Aber mal schauen, was daraus wird. Oh Gott, das wird daraus nämlich Fahrscheiße. Ne, gut, schauen wir mal. Noch eine wichtige Ankündigung, neben dem, dass ich mich voll gespritzt habe. Nämlich, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Mognum 18 Uhr findet auf hitbox.tv slash Foka, also nicht Foka 13, sondern Foka, mein nächster Livestream statt. Würde mich riesig freuen, wenn ihr da dabei seid, nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Mitfahrer, weil ihr könnt da mitmachen und Mario Kart 8 mit mir und der lieben Kati spielen. Und dann, falls ihr noch Lust habt, ähm, falls genug Leute noch Lust haben, werden wir noch The Last of Us im Multiplayer spielen. Äh, dann würde sich wahrscheinlich noch der ein oder andere Geselle dazu gesellen. Das klingt witzig. Der ein oder andere Geselle wird sich da dazu gesellen. Ne, ähm, auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn da ein paar von euch dabei sind. Und, ähm, dann können wir alle miteinander Spaß haben und können erstmal Gas geben und danach, äh, weiß ich nicht. Danach machen wir irgendwas anderes, spritzen wir uns gegenseitig voll oder was. Oh Gott, ist das ein Scheiß. Ähm, ne, ähm, jetzt aber mal back to business hier, ne? Back to business. Wieso ist mein roter Panzer weg? Wieso ist mein verdammter roter Panzer weg? Ist der Typ mit dem Stern da reingefahren? Eigentlich nicht, aber, äh, man kennt es ja. Ich sehe teilweise was anderes, als meine Mitfahrer das sehen. Finde ich nicht so cool. Hätte Nintendo besser machen können. Aber kann man jetzt leider nichts ändern. Im letzten Part war es ja auch so, dass ich gesehen habe, dass ich zuerst durchs Ziel gefahren bin. Aber, äh, wahrscheinlich hat der andere Mitfahrer zuerst gesehen, dass er, äh, als erstes durchs Ziel gefahren ist. Und von dem her war das eigentlich schon ganz korrekt. Natürlich war das ärgerlich für mich, weil ich das halt, äh, anders gesehen habe. Aber gut, dafür kann der andere Spieler nichts. Dafür kann aber Nintendo was. Ihr bösen, bösen, äh, Leute von Nintendo. Wieso könnt ihr was dafür? Weil ihr vielleicht die Entwickler seid. So, vielleicht noch einen Platz gut machen? Nein, das reicht nicht, um einen Platz gut zu machen. Vierter ist... So la la, ne? So la la ist das. Aber, ähm, 4000, über 4000 Punkte. Yay! Falls es euch übrigens nicht aufgefallen ist, ich fahre heute mit Rosalina. Yay! So ein bisschen die Charaktere werde ich doch ein bisschen, äh, abwechseln. Aber, äh, das Kart ist mehr oder weniger das gleiche wie immer. Aber ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben jetzt endlich mal einen schönen Hintern, den wir betrachten können. Obwohl, naja, geht jetzt. Münzen! Auf dem siebten Platz. Ja, ich liebe es. Ja, na gut, am Anfang muss man sich nicht darüber wundern, wenn man am Anfang auch eher schlechte Items bekommt, wenn man letzter ist. Äh, weil da sind halt alle so dicht aufeinander, äh, gerückt. Und da ist es dann auch durchaus verträglicher. Aber ich habe teilweise so eine Münzintoleranz, deswegen vertrage ich das nicht ganz so gut, muss ich mal sagen. Ah gut, was soll man machen? Da kann ich, äh, die so ganz bestimmte Mittelchen dagegen nehmen, damit ich dann das besser vertrage. Wurde er getroffen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt wurde er hoffentlich getroffen. So. Hui! Danke, roter Panzer, danke. Es hätte auch sein können, dass ich getroffen werde, aber der roter Panzer hat mich zum Glück... Oh, jetzt fahre ich die Kurve. Scheiße! Ah! Gott! Nein! Das ist einfach... Ich kann das... Ihr werdet jetzt sagen, ey, das ist voll die Ausrede. Aber es ist tatsächlich so. Es liegt halt auch daran, dass Rosalina sich anders fährt als, äh, Waluigi und Metal Mario. Und da muss man natürlich auch erst mal sich ein bisschen einfinden und so. Komm, triff ihn. Nein! Nein! Und auf der... Oh Gott! Wenn das nicht geklappt hätte. Oh, zwei Boomerangs hier, die herumschwirren. Hoffentlich trifft meiner. Ah, komm, bitte. Ja, bitte. Nein! Oh, wenn er jetzt diesmal zurückgekommen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall getroffen. So hat es aber leider nicht geklappt. Ja klar, der zweite Platz bekommt ganze drei Pilze. Ich bekomme als dritter einen. Das finde ich dann schon unfair, muss ich sagen. So, am Anfang kann man sich ja nicht unbedingt darüber beschweren, wenn man, wenn man, äh, nicht so die besten Items bekommt. Aber jetzt kann ich das durchaus machen. Kommt jetzt. Das ist... Das ist schon megamäßig unfair. Hätte ich doch wenigstens noch einen, äh, Pilz verschwendet. Aber nun gut, sei es drum. Nicht so megamäßig schlimm, wenn man die... Nein! Nein! Oh Gott, da fahre ich wieder mit Crab zusammen. Ist das eigentlich die Person, die den Blitz eingesetzt hat? Wenn ja, dann, äh, Respekt. Nicht schlecht. So, jetzt schaffe ich es. Aber vielleicht noch wen wegzubaschen. Nein, damit erstmal nicht. Ein grüner Panzer auf dem vierten Platz. Yo, wieso nicht? Wieso nicht? Komm. Oh Gott, sei Dank. Weck da. Und zack. Da bin ich. Zweiter. Yo, nicht schlecht. Da hatte ich ein bisschen Glück. Ich habe sogar noch den ersten mit meinem grünen Panzer getroffen. Skillshot vom Feinsten. War natürlich voll so gewollt. Natürlich. Natürlich, Le Mans ist das so gewollt. Was denn sonst? Was erwartet ihr von mir? Ich bin der Allerbeste auf dieser Welt. Und, ähm, ich bin ein Genius-Held. Wieder letzte Platz. Aus Mexiko. Ey, ich hasse Mexiko. Ich hasse Mexiko. Und wieso ich Mexiko hasse? Na, sie haben gegen Kroatien gewonnen. Und deswegen ist Kroatien jetzt aus der WM draußen. Das hat mich sowas von geärgert. Übrigens, ich hasse Mexiko nicht wirklich. Aber so als, äh, ja, Kroatien-Fan muss man die dann schon so ein bisschen hassen. Wegen dem Spiel. Aber, ja, komm. Ich meine auch, Mexiko hat es einfach verdient gehabt. Sie haben deutlich besser gespielt als Kroatien. Kroatien hat halt schlecht gespielt. Und Mexiko hat sich den Sieg schon verdient. So ist es nicht. Aber er ist dann natürlich so ein bisschen enttäuscht, dass seine Mannschaft nicht weiterkommt. Aber ich habe noch, äh, die Schweiz. Yay. Äh, die ist wenigstens weitergekommen. Obwohl, die mich, ehrlich gesagt, weniger überzeugt haben als, äh, die Dingensbummens. Äh, Kroatien. Aber gut, sei es drum. Wer mich übrigens am wenigsten überzeugt hat, aber weitergekommen ist, ist Argentinien. Ich finde, ich weiß nicht. Ich finde, da hätten es andere Mannschaften mehr verdient gehabt. So, ich finde ganz ehrlich, Bosnien hätte es mehr verdient. Ähm. Ähm, der Iran jetzt bedingt, muss ich sagen. Ähm, aber ja, gut. Sei es jetzt drum. So ist es gekommen, wie es gekommen ist. Ähm, heute spielt, äh, Deutschland gegen, äh, wobei, wenn ihr das Video gesehen, äh, hier seht, ist das Spiel schon längst vorbei. Heute hat Deutschland gegen die USA gespielt. Ähm, und, äh, ich hoffe ganz ehrlich, Deutschland gewinnt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Deutschland ist momentan mein Favorit, was die WM angeht. Ähm, also das heißt nicht, dass ich zu 100% für Deutschland bin. Aber ich glaube, die haben richtig gute Chancen, die WM zu gewinnen. Weil jetzt haben wir es wieder über Fußball. Tut mir leid, wenn ihr das nicht gerne hört. Aber ich will jetzt gerade über Fußball reden, weil es sich gerade angeboten hat. Nein, 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 bitte nicht. Danke, eine Bananenschale. Ähm, weil es sich gerade angeboten hat, wollte ich gerade über Fußball reden. Ähm, ja, wie gesagt, Deutschland ist mein Favorit, äh, so mehr oder weniger. Aber das heißt nicht, dass ich für Deutschland bin, weil ich bin für die Schweiz. Ähm, trotzdem hoffe ich, dass Deutschland heute gewinnt gegen die USA. Obwohl ich finde, die USA machen das richtig cool. Aber ich will, dass Deutschland gewinnt, damit Ghana gegen Portugal gewinnen kann. Und dann kommen Deutschland und Ghana weiter. Das wäre für mich so das optimale, ähm, ja, die optimalen Resultate. Heute, ehrlich gesagt. Weil ich muss, äh, einfach sagen, ich bin halt auch des öfteren mal für die Underdogs. Und Ghana ist halt so ein bisschen Underdog. Ähm, und ich finde auch, die hätten es echt verdient gehabt, weiterzukommen. Die haben eigentlich richtig gut gespielt. Vor allem gegen Deutschland, äh, aber auch gegen die USA. Gegen die USA haben sie ja verloren, was ich völlig unverdient fand. Und, äh, beim Spiel gegen Deutschland muss ich sagen, ich weiß, es sind wahrscheinlich viele von euch Deutschland-Fans und für Deutschland. Aber ich muss sagen, Deutschland kann mit dem Punkt, mit dem einen Punkt, den sie gegen Ghana, ähm, gewonnen haben, wirklich mehr als zufrieden sein. Weil, ähm, ja, ich finde, Ghana hätte den Sieg mehr verdient gehabt. Aber, was man in Deutschland auch nicht absprechen kann, ist, dass sie einfach in der zweiten Halbzeit besser geworden sind. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich finde so, äh, persönlich, dass Ghana da den Sieg mehr verdient gehabt hätte. Und ich war auch, ich war auch für Ghana, muss ich sagen. Aber das liegt auch nur daran, weil ich mir zu 100% sicher bin, dass Deutschland weiterkommt. Ich weiß, ich habe auch gesagt, äh, Spanien kommt weiter und die sind rausgeflogen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass, ähm, Italien unbedingt rausfliegt. Sind sie aber, äh, freut mich ehrlich gesagt, muss ich sagen. Auch wenn der Biss davon so alles richtig scheiße war. Ähm, aber, ja, ich glaube, Deutschland lässt sich das schon nicht nehmen. Ich glaube nicht. Ne, 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 ne. Die kommen schon weiter, auf jeden Fall. Dafür haben sie einfach zu viel Klasse. Auch in der Breite, die haben nicht irgendwie einen Spieler, der mega gut ist. Wie zum Beispiel Portugal. Und natürlich hat Portugal mehr gute Spieler. Aber, äh, damit ihr wisst, was ich meine, so. Ähm, sondern sie haben wirklich, äh, in der Breite wirklich auf jeder Position richtig, richtig gute Spieler. Und deswegen ist Deutschland für mich auch halt der Favorit. Und, äh, trotzdem würde ich es der Schweiz mehr gönnen, ehrlich gesagt. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, Ghana. Ghana muss auch weiterkommen. Die sind underdogs und die haben gut gespielt und bla, bla, bla. Und außerdem muss Portugal rausfliegen, weil, ah, keine Ahnung. Die haben echt nicht gut gespielt, sorry. Und die haben es dann verdient, wenn sie nicht weiterkommen. Äh, klar ist man dann auch immer so ein bisschen schadenfroh, wenn so eine große Mannschaft rausfliegt. Aber ich finde echt nicht, die haben es verdient gehabt. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich finde, ja. Ich finde, sie haben es nicht unbedingt verdient. Aber wie eben das sein, wenn sie da im letzten Spiel halt wirklich gut spielen, haben sie es halt auch verdient. Aber, meine Meinung bleibt bestehen. Ich bin für, äh, Deutschland im einen Spiel und für Ghana im anderen Spiel. Und, äh, dabei bleibt es auch, meine lieben Freund. Wieso, wieso hat der Typ hier eigentlich mein, äh, mein, komm. Ja! Ne, schon wieder, oder? Weil, ich war vor ihm. Ich war doch vor ihm, oder? Ah, das ist doch scheiße. Das ist doch kacke, wieder mal. Ich glaube, ich dachte, ich war vor ihm. Wegen dem letzten Pilz. Ne, war ich doch nicht. Okay. Ja, komm. Wayne interessiert's. Ähm, was wollte ich noch sagen? Hier, Fußball, Fußball, Fußball. Ja, wie gesagt, Deutschland und Ghana sollen in die 8. Finals kommen. Yay! Und jetzt, im letzten Rennen, um das Rät zu lüften, wie sich der liebe Fokka denn voll gespritzt hat. Natürlich nichts Perverses, sondern ich habe auch versucht, die Salatsauce aus der Packung zu drücken. Und, äh, es ging nicht ganz so gut, wie ich es wollte. Deswegen habe ich fester gedrückt. Und, zack, war ich voll mit der Salatsauce. Hihi, voll mit Salatsauce. Die war übrigens auch weiß, um, äh, ja, noch mehr hier, äh, was soll ich sagen? Noch mehr Spekulationen, äh, offen zu lassen. Äh, da bekommen... Da bekommen wir erstmal Münzen, dann roter Panzer und dann noch alles Mögliche. Ja, und schon ist man auf dem zwölften Platz. Yo, wieso nicht, Leute? Wieso denn eigentlich nicht? Ich bin schon mal gespannt, wie es dann morgen im Livestream sein wird. Ob ich da auch so ablosen werde. Oder ob ich mich da doch ein bisschen beweisen kann. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch darauf, mit aufzuspielen. Hoffen auch immer, dass möglichst viele von euch dabei sind. Möglichst viele, heißt natürlich, alle, die jetzt gerade zuschauen, sollen dabei sein und die Chance haben, gegen mich zu verlieren. Wobei, das sollte nicht allzu schwer sein, weil ich bin einfach der Allerbeste auf dieser Welt. Nee, Spaß beiseite. Ich will natürlich, dass es ein spaßiger Livestream wird. Ähm, ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr gewinnt. Und ich merke gerade, ich könnte stundenlang über Fußball reden. Fußball hier, Fußball da, Fußball... Was war das jetzt? Was war das jetzt zur Hölle? Hey, irgendwie... Irgendwie... Das gefällt mir echt nicht. Wisst ihr, das... Das kann Nintendo wirklich mal besser machen. Also, ich meine... Oh Gott, ja, jetzt bin ich jetzt auch selten dämlich. Nee, dieses... Dieses Ding, die Latenz da. Dass, äh, auf meinem Bildschirm was anderes passiert, als auf dem Bildschirm der anderen Mitspieler. Das finde ich echt nicht cool. Natürlich, ich wurde jetzt irgendwie von dem Panzer getroffen. Wobei ich auch nicht wirklich sagen kann, woher der Panzer kam. Und, äh, ja, keine Ahnung. Das fand ich schon ein bisschen, äh, äh, selten bescheiden. Ja, danke, dass du mir angeschoben hast, Bowser. Leider hat mir das nicht allzu viel gebracht. Also, ja. Jetzt bin ich letzter Platz. Und, ja, ich bekomme drei Pilze. Damit kann ich halt nichts anfangen, ehrlich gesagt. Damit kann ich mich nicht auf den fünften oder noch besseren Platz vorschlagen. Das geht einfach nicht. Das ist, das ist unmöglich leider. Ja, und deswegen muss ich mich wohl mit dem, äh, zehnten Platz begnügen. Vielleicht kriege ich noch einen guten, einen Platz. Nee, nee. Auf jeden Fall nicht. Ja. Hätte ich es doch lieber bei den vier Rennen belasten sollen. Na gut. Erster Part mit fünf Rennen. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid morgen beim Livestream dabei. Würde mich jedenfalls freuen. Ähm, und, ja. Ich hoffe, Deutschland und Ghana haben gewonnen. Jetzt, wo das Video online ist. Dann war es das mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part, liebe Freunde. Bis dahin. Schönen Tag noch. Alles Gute und Tüdelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü